Wir können dabei alle singen Viva España Das sind alles Kunststücke, die man dem Pferd durch liebevolle, lange Zeit beibringen kann oder gibt dem Eriks Zeichen, was er zu tun hat und er macht das So, jetzt macht der Erik hoffentlich ein Kompliment Begrüßt die Gäste, Erik, Kompliment Einen Applaus, bitteschön Sehr brav, Erik Spanische Gruß Applaus für den Erik Brav, Erik Das funktioniert, gerade zeigt Das ist die sogenannte Bergziegenstellung Ja Ist auch gar nicht so einfach, diese Füße zu koordinieren vom Pferd, als du weißt oder das Pferd, was will dieser Mensch jetzt von mir Jawohl, lass ihn steigen Jawohl, Applaus für die Erik Super, brav, Erik Applaus Ja, ja Auch wenn, oder? Wie eine gute Beziehung Ja Applaus Brav, Ruf Jawohl Bravo Und bitte einen Applaus für das Pferd, für das Pferd Applaus Kein anderes Tier würde das so machen, wie ein Pferd Es gibt nur drei Tiere, die für einen Menschen sterben würden Ein Hund Und ein Vieh Und ein Pferd Applaus Bitte einen kräftigen Applaus für unsere Mitgliedsten, den Robert, die Rosika, die Vicky, den Erik und die Kostka Dankeschön Matthias Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020